Und ... Neue Folge von meinem E-Megasit-Verkehrssicherheitsprojekt. Was passiert eigentlich, wenn du bei Rot über die Strasse gehst und fast von einem LKW hinbefahren willst? Schrot, ja, ja. Mach auf die Vorfahrt. Schrot war, oder? Passen Sie auf. Beine bei Rot. Schrot! Hoi! Oh, jetzt haben wir nicht die Nerven. Schrot! Schrot! Why you use this? This is therefore. It has saved your life. Bleibt sicher und abonniert uns auch da auf YouTube. We can die. We can die. Schrot. Oh!